Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Avalent. Ja, eigentlich hätte ich gar nicht weiter drüber nachdenken müssen. Es fiel sofort auf, nachdem ich die Aufnahme... Ähm, posiert, ähm, unterbrochen habe. Ähm, Bombe legen, rüber gehen. Ach, schüss. Wenn die einfachsten Sachen schon vor der Nase liegen. Also das ist ja manchmal echt sehr ärgerlich. Und dann ist es halt so. Huah, 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 äh, 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 so, huah, äh, ja, du auch, oh, du auch. So, verlebung, zack, einmal da, langgeschossen, einmal darüber. Guck an, ich treffe den hier, Goni. Okay. Kann ich mit dem Feuer... Natürlich kann ich das nicht erbrennen. Hm, okay. Warum kann ich das nicht erbrennen? Na, ist egal. So, einfach, das sei mal was. So, schieß mal da rein. So, dann mal da rein. Na gut. Das geht dann doch nicht. Deswegen doch den Stein wegschießen. Gut. So, jetzt verbrennen wir den Busch. Und schießen nochmal darüber. Okay, so. Das ist sehr gut. Ach, jetzt bin ich ja voll schnell zu ziehen, oder was? Ach, jetzt bin ich ja voll schnell zu ziehen, oder was? So, jetzt kann ich da rein. Okay. Oh? Hey. Let's go. Schatztrunken gibt es ja anscheinend genug. Sterne bekommen wir hier auch. Ranzviele. Ranzviele. Das neue Produkt von Seitenbacher. Und eine... Ach, eine Karte bekommen. Okay, so fehlen aber es ist eine Vierer. So, gibt es hier noch etwas Außergewöhnliches oder war es das? Eigentlich suche ich ja den Händler. Nein, ich bin durch. Also hier gab es wirklich nur Sterne und... Ja, gut. So. Die Norea. Nee, nee. Naja, ich... Naja, wenn wir jetzt immer hier sind, dann kann man ja gleich mal zusammengucken. Nee, das war das Edeltal. Das war ein Edeltal. Das war ein Edeltal. War das die Norea? Ich dachte, ich hab hier alles raus. Soll es hier noch was geben? Das kann doch mal nicht sein. Die haben wir doch komplett abgeformt. Die haben wir doch abgegraust wie so ein kaputter hier. Na, jetzt wollte ich gerade schon wieder. Hier können wir noch ein Schotztur sein, aber was sollst du dafür sorgen? Das kann einfach nicht wahr sein. Diese gottverdammte Fliege. Ich will es nicht wahrhaben, dass es hier immer noch... eine Karte und ein Stern geben soll. Oder gibt's hier auch irgendwelche Geheimgänge, die ich noch nicht erforscht habe. Alter, 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 alter. Wer schießt denn da auf mich? Bist du denn du das Wahnsinns, junger Mann? Oder junger Hexer? Das ist ja ein Hexer. Nee, komm, ich suche jetzt nicht die Mine hier ab. Ach, das ist ja eine halbe Zeitverschwendung. Was ist das? Ah, hier. Guck mal hier. Ich bin einer der letzten reisenden Händler. Mein Nachfahrer des legendären Dorneco. Lecker gekochtes Schokofleisch. Mein Lieblingsessen. Würde dir das mir überlassen? Hm. Ich danke euch. Jetzt geht es mir besser. Hier. Habt ihr etwas Schönes? Das hat sich gelohnt. Ein Bonus. Also ein Herzcontainer. Was ist das jetzt hier? Was ist das hier für eine Mine? Was ist das für eine Mine? Ich kann mal gucken. Ach, diese Fliegen, ey. Das ist furchtbar. Gott sei Dank haben wir das Schoko. Schoko auf Fleisch gemacht. Das ist egal, es ist jetzt ein Schoko. Verlieskriecher. Ihr habt den Schrein von Bahomut gefunden. Okay. War ja jetzt ein Schmerzesfenn. Dann geht es mir schon. Kau. Und das ist ein Sch��� Quiz. Was ist das hier drauf? Huha. Lass mich los. Lass mich los. Nicht da hin. Oh, Alter. Das weh jetzt. Ach so. Draufgeschissen. Aua. Nein, das nicht. Ich will hier hoch. Nein. Okay, okay. Ach, da fahre ich gleich komplett zurück. Gut. So, mein Herz sammeln. Das ist so riesig. Okay. Ich vergesse immer, dass ich hier jetzt bin. Oh, Alter. Was irgendwie hilft. Voll gut. Voll geil. Finden wir hier eine neue Bestia? Da wird uns ein neuer Elementarstein. Uns eine unheimliche Kraft zu weisen, damit wir endlich Seferius... Seferoth... Ne, Seferoth war schon wieder auf dem Fall. Äh... Ja, irgendwas. Au. Hm. Oh, Alter. Was? Was ist denn jetzt los? Hier spiele ich aber nur durch rum hier. Super. Fehlen hier nicht mehr vier. Wie viel haben wir denn schon? 23. Super. So. Sieben Sterne und... Geh weg. Oh, ab. Baff. Okay. Der war fies. Der war richtig fies. Au. Hä? Dachten die ich falle runter? Mh... 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 Nö, nicht da. Nicht da. Nö, nämlich. Aber hier war's. Okay. Was ist denn hier für ein Schweiß wohl, sagen wir mal? Oh. Ach. Alter. Hm. Au. Hilfe. Gott, das will. Ey. Sag mal, du kleine Katze. Du inge Typ. Du inge Typ. Boah. Hm. Hm. Mann, ich will hier alle Gegner töten. Nein! Das will ich ihm ein bisserl sehr ankurzen. Ist ja echt. Hm. Also. Pff. Hm. Oh, leck mich doch. Ich kann... Alter, ich mich jetzt erschrocken. wo ist denn hier. Das ist dann immer. Ja. Und er schiesst von hinten. Rotze frech, der Typ. Schon wieder so'n scheiß Rätsel... Och ne... Erstmal muss ich... Erstmal ne... ne Stärkung. Ein neuer Stärkung, super! Komm schon! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... In der Schule wird geschrieben! Gottverdammt! Dorn, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18! Oh, 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 oh... Wunderbar ich war ja noch knapp. Äh, halt! Ja, so ergibt das im wunderbaren Unsinn! so weiter schießen frisch von abwärts und fühlt sich schon wie ein dumbledore ich nehme erst mal ich werde hier verlieren Alter! Das war jetzt extrem scheiße. Was muss ich jetzt nochmal alles machen? Die Tür ist immer noch zu. Wieso ist die Tür immer noch zu? Die Fleder muss ich wieder machen jetzt nicht mehr. Meine Güte. Ach, ist das nerviges Zeug, ey. So, ich würde sagen, ich schalte als allererstes die Skelette aus. Aber die sind ja richtig nervig. So. Ach. Alter. Ach. Ach. Alter. Meins ist weg. Ach so. Mach es jemand. Ich habe eine Klappe. Ach. Ach. Bin ich hier reingegangen mit dem Schatz? Wegen so'n scheiß Stern? Warum denk ich die ganze Zeit eigentlich, ich krieg hier irgend'n coolen Schatz? Hier oben war ich los. Ach hier, war ich hier schon? Ja, ist auch getrackt. Ja, das war's. Das war der geheime Baramut-Tempel. Raba Baramut, hier oben. Ja, das war's. Das war der geheime Baramut-Tempel. Raba Baramut, hier oben. Raba Baramut, hier oben. Na, fliehen wir mal weiter. Das lässt sich überbescheiden steuern. Mein Gott. Die Memoria-Mine, okay. Was war der geheime Wasser-Tempel? Oh. Hier ist der Mana-Baum, ja. Es gibt keinen Händler mehr, kein Garnish, keine neue Waffe. Irgendwie. Ach, komm, schau hin. Was geht hier so viel gegen? Na gut. Wer so trainieren kann. Ich rieche eigentlich gar nicht. Na, da muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich rieche echt wenig Lust dazu. Oh, Alter. Ach so, oh nein. Ich rieche. Seppiros, komm hervor. Zeige dich. Ich habe euch erwartet. Oh, bist du scheiße? Endlich seid ihr. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Vor langer Zeit herrschten die Meilen über dieses Land. Doch man machte Jagd auf sie, um ihre Hörner zu rauben. Nur ich habe überlebt. Und heute werde ich Rache üben. Euch wird dasselbe Schicksal wie das Mädchen dabei. Denn Marnebaum soll euer Grab werden. Was ist jetzt der Boss-Fuck? Was ist jetzt der Boss-Fuck? Als ich sie wieder verraten bin. Was ist jetzt der Boss-Fuck? Das ist jetzt der Boss-Fuck. Ich bin der Boss-Fuck. Was ist denn du für eine K... Gott, jetzt machen wir fremde Energie zu deinen. Und tötest mich so ganz einfach. Scheiße. Oh, Mann. Ja, gut, ich würde sagen, das ist wirklich der... Stottern schreibt man zusammen. Ähm, der Boss feigt. Oh, das ist ja kacke. Und wie viel fehlt mir noch? Fehlt noch einiges hier. Du... Du, Alter, das ist kacke. Nein, bitte genau hier davor parken, wenn's geht. Okay. Alter, Mist. Es fehlen immer noch ein paar Sterne. Und Karten. Die Noriamine. Äh, das ist... Ich komm da einfach nicht drauf klar. Hm. Ich würde sagen, wir gehen erstmal schnell in die Stadt rein. So, wartet mal. Langschwert, Kupferrüstung. Glaubt. Drei Karten fehlen noch. Okay. Und sechs Sterne. Hm. So, was sagt... Der Stand der Zeit, 21. Gut. Ähm. Machen wir nochmal ein kurzes Kartenspiel. Und dann... Begebe ich mich mal auf die Suche. Schwer. Paff. So. Ciao. was setze ich denn dahin gefühlt ist es eine echte ratte gewesen ich weiß nicht was ich hab's mir gerade selbst selber verbund scheiche weißt du was wieso hat warum warum hat der ich frage ich spiele die hier schön für dich das ist ein bisschen scheiße Na gut, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. War jetzt keine sehr spannende Folge, haben uns ein paar versteckte Dungeons gefunden. Und würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten, vielleicht sogar in der letzten von EgoLand. Bis dahin, bye bye.